Moin Moin, hallo Leute, nächster Prat, wuhu Und, ja, weiter geht's, weiter steht's, und dabei Moin Ja, gut Äh, ich hab diesmal kein Texture Pack dabei Weil ich wollte jetzt mal alle Sachen sehen, wie What'n'Flash und so Und ich hab 13 Mushrooms in die normale Throw getan Das Ja Wahrscheinlich am nächsten paar kommt er wieder Texture Pack Hm, was wollten wir machen? Ja Ich wollte uns ein Minecraft bauen Und wie mein... Eine merkwürdige Minecraft, also dieses Kisten-Minecraft-Card, ne? Wolltest du uns doch bauen Ab Aber, hm Kann man Hast du rein zufällig Irgendwie ein paar Schienen Ganz rein zufällig Ey, warum sind die Zäune hier weg? Welche? Ja Nimm mal ein paar Zäune mit Wahrscheinlich sind die verbrannt Dann müssen wir die noch ein Faid weiter weg stellen Sechs Zäune ist... Ist ok So... Ja... Äh... So... Dreck ... Oh, ich hab' Licht gesehen Oh, Polizei Licht Oh, sie suchen mich Oh, sie suchen mich Also, komm'oh is du Äh... Nein Nein, dann schmeiß ich ihn weg, ne? Also nicht alle ihn wegschmeißen, ne? Ja gut, dann komm her. Wenn du noch welchen haben willst, muss ich... Ne, lass mal in der Truhe liegen. Ey, guck mal, wir haben so viele Truhen oben, dann können wir nur eine Truhe aus Kaugestrom machen. Also wenn wir schon Truhen haben, können wir sie auch nutzen. Kann man... Ich kann noch eine Wegfahrsperre einbauen, ne? Sagst du, es geht? Eine Wegfahrsperre einzubauen. Das heißt, wenn man einen Schalter aktiviert, geht der Püsten weg und man kann... Guck, ah, das ist scheiße mit der Schiene. Ich setze an der Tür fest. Boah, ich bin raus. Das heißt, ich muss... Auch zimmer einmal. Ich werde gleich noch mal eine Runde angeln, ne? Bitte jetzt hier nichts machen. Ich muss mich über zu konzentrieren gerade. So, das heißt, wenn ich den jetzt aktivieren würde, könnte ich dann... Könnte es Minecar dann runter? Ja, Minecar kann unter dem Block durch, das scheiße. Gerade kugelt uns irgendwas ab. Ey, verbrennst du gerade was? Oder geht der Zaun Schrott? So. Ja, ich verbrenne was. Achso. Bei mir brennt kein Zaun. Ich überleg gerade. Kann man wirklich eine Wegfahrsperre einbauen? Nee, das geht nicht. Das geht nur mit einem Sticky. Nee, das geht gar nicht. Kannst du die vielleicht mal wieder wegmachen? Wieder runter. Du kannst auch da so runter, ne? Hä? Du kannst auch trotzdem drunter. Nein, ich nicht. Wenn ich drin setze, dann kriege ich Schaden, ne? Nur so einfach. Ah, das. Aber ich überleg, wie ich das mach. Also, was meinst du soll ich jetzt machen? Wir brauchen es, die gibt es. Und dann geht das. Was meinst du soll ich jetzt machen? Soll ich noch eine Runde der Mine weiterbauen, oder soll ich eine Runde angeln? Mine. Ich geh jetzt auch in die Mine. Hm. Okay, dann angle dich. Wenn du die Mine gehst, geh ich an. So, ich baue mir jetzt hier aber irgendwas. Ja, aber falsch, aber nicht doof. Ich brauche aber, na okay, dann haue ich mal, ich habe kein Alzen, mache ich mir mal aus und mache langsweise meine Goldspitzhacke, weil ich schnell vorangehen will. Und wir könnten uns denn noch so ein Slime-Teil bauen, ne? Also da, wo immer ganz viel Slime rauskommt. Ja, da müssen wir erstmal Slime farben, ne? Weiß ja, Slime kommt immer wieder da, wo man ihn findet, ne? Ja, aber man kann auch einen ganz großen Raum machen, der beleuchtet ist. Der vier hoch ist und spart er auch mal Slime. Was? Ja. Man kann einen Raumfahrt machen. Ja. Aus was? Aus, egal was. Einfach ein Raum, der vier Felder hoch ist. Ey, kannst du mal ordentlich bauen? Ich? Ja. So viel im Weg gelassen, weil meine Schaufel weg war, äh, Schropfer. Und, nach links oben, da wollte ich noch den ganzen Gravel abbauen. Deswegen lass die Lücke da mal, bitte. Oder bau den Gravel selber ab. Ne, ich meine, Kacke. Äh, mein Ding, es geht auch gleich kurz. Hallo, ich möchte mal Diamant finden. Da ist er auch. Wer will das nicht? Oh, Fisch. Ich hab mal einen Fisch. Und der nächste. Boah, Ding. Fisch, Fisch, Fisch. Boah, Ding, Fisch. Die viele Fische soll die Angeln, dass die Angeln leer ist, oder? Oder was, wir Schichtwechsel machen, da gebe ich die Dianen und da kann Brünerwohnung angeln. Ah, ne, dann philosophiere ich mal wieder. Ja, ne, so. Auf mein Balkon, Gedicht. So. So. Amen. Hallo, ich will was finden. Ja, ich hab Gravel gefunden. Ey, das wird langsam nach, ne? Nur so zur Info. Du brauchst da nicht hochgehen. Es ist noch nicht nach. Es wird nur langsam nach. Mega. Ich bin Harko-Bauer. Bauer jeden. Ja, genau, Gravel. Funktioniert eigentlich, der Fackelträg noch bei Gravel? Ähm, ja, das ist der, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wie geht denn doch einfach aus? Gleich. So. Da und. Verdammt. Nein, funktioniert nicht. Ey. Ähm, jetzt kannst du langsam hochkommen. Kein Bock. Ja, ich will aber schlafen. Ich bin's fett, du weißt. Ich hab keine Lust, dir bei Nacht von Lendermans oder so angegriffen zu werden. Ja, gleich. Ich will noch schnell das zu Ende geangelt haben. Noch ein schönen Fisch. Oh, jetzt hier nochmal hier kurz die Reihe zeigen. Ah, weil ich. Scheiß angeln. Äh, scheiß Fisch. Oh. Ja, ich hab einen. Das dauert erstmal, wenn ich oben bin, ne? Ja, ich hab einen. Wir müssten eigentlich auf der anderen Seite, wenn wir genug Eisen haben, starten, ne Treppe nochmal so mit Powered Whales da so Maschine hochmachen, weißt du? Oh, können wir theoretisch machen. So. Ich möchte endlich mal... Ich möchte endlich mal... Ich möchte endlich mal... Ja, nachdem wir geschlafen haben. Okay, wir können. Warte, ich tu jetzt. Ähm, wie viele Hunger hast du? Nix. Nix? Ich auch nix. So, ich hab jetzt hier erstmal hier sowas wie... Wevel weg. Ähm... Wie viele Fakern hast du? Äh, ich... Sechsenzwanzig. Dann kriegst du die hier noch von mir. Hinter dir. Zwei. Äh, ich geh jetzt ins Bett. Ne? Glauben. Warum ist nix? Gut. You are... Wie steht da? Metergleich nur neun, you are. Wo? Ja, im Dings, im Chat. Steht nur. Da öffnet sich grad nicht mein Chat. Ähm, enter. Ne, ich hab Space. Oder T? Hä? T? T? Warum ist das jetzt wieder auf T? Ganz schon mal. Warum ist der Chat auf T? Return. Hey, komm mal her. Äh, Wohlstand, was bei dir? Ah, fuck. Komm mal her, komm mal her, bleib mal stehen. Bleib stehen. So. Warte. Ja, das für dich. Hä, wie so Goldspielzucker, Junge. Keine Ahnung. Was sollte das? Wir brauchen das Gold doch für diese Power Wails. Ja, aber erstmal, es geht richtig schnell. Eine brauchen wir. Den keinen. Ähm, lass mal beide nicht mehr, es geht viel schneller. Da ist die Chance größer, was zu entdecken. Ähm. Und den kann einer mal, wenn er Eisen gefunden hat, oder so runter und dann haut er die Chest da runter mit Werkzeug, was man braucht. Genau. Der kommt mit meinem Minecraft, ohne. Rune. Jo, Rune. Wuhu. Du wolltest ja das hier mit dem Gravel weiterentdecken. Ja, das ist der Podstock, dass manchmal das Minecraft ist, der ist mir auch mal aufgefallen. Bei mir nicht. Bei mir schon. Bei mir lag es hier aber gerade übelst. Junge, wo bist du? Was ich hier jetzt? Naja, ich werde erstmal den ganzen Gravel und so abbauen, ne? Und den weg. Du gehst mir gerade auf. Ey, ich baue jetzt hier eine... Ich baue jetzt hier eine Workbench. Ach, scheiße. Ich baue eine Eisenspitzhacke dafür. Goldspitzhacke ist auch noch zu schlecht, um Redstone aufzubauen. Ich baue meine Dings. Ich baue wieder Stein. Ich möchte... Ach, ich kann was lecken das? Spät ist kein Grund zu lenken. Ey, warum ist hier alles so viel Gravel? Ey, ich glaube, ich habe gerade einen Gravel gefunden. Lügst du oder weißt du? Ich weiß es noch nicht. Ja, guck weiter. Ey, warum habe ich hier voll die Grafik spackst. Moment. Ja, ich habe ein Gravel gefunden. Jedenfalls kam da plötzlich Wasser raus. Ich werde das erstmal wegmachen. Ja, Gravel. Ne, ich werde es nicht wegmachen. Ich werde es jetzt mal aufläufen. Warum wir die ganze Zeit Wasser gehört haben. Oh. Erstmal Cola-Form. So, die Kuh, die Kuh, die Kuh, die Kuh. Oh. Das ist ja nur Wasser. Hey, das geht. Hey, da war ich. Eisen. Alter. Lack doch nicht so rumspielen, ne? Weil du jetzt meinst, die dritte Aufnahme reicht dir jetzt. Ein Block. Was? Ein verdammter Block ein, nur. So, jetzt geht hier aber Speed up, was? Moment. Ja, Hacke. Ey, warum bugt das so? Ich habe in einem Moment hier jetzt voll die Spacks. Aber die gehen weg, wenn ich wieder einen Block abbaue. Ich habe Redstone gefunden. Kann es aber leider nicht abbauen. Warum? Keine Eisen. Warte, komm zu mir. Komm mal zu mir. Warte, ich habe eine Eisenhacke. Ich habe unter das... Ich habe Angst, dass da unter Lava ist. Ja, habe ich auch manchmal. Aber so, jetzt werde ich jetzt mal das... Dings wieder wegmachen. Den Wasserfall hier. Der nervt mich nicht. Ah! Ah! Lalalalalalalala. Hallo, kommt hier noch was außer Dings? Es. So, jetzt habe ich das hier alles mal mit Breville zu. Nein. Äh, nicht gegen dich. Ich habe aus Versehen eine Fackelwecke gemacht. Äh, verstehe ich nicht. Ja, durch das Wasser habe ich ja schon so eine Fackelwecke gemacht. Und deswegen war das gerade ziemlich dunkel. Ist ja noch nie... Ah nein, Lava! Scheiße, scheiße, scheiße! Ist ja ein Cave. Kein Schimmer. Hier ist Lava. Scheiße, scheiße! Wow, ist ja auch selten auf dieser Höhe. Junge, das war knack. Aber ich will auch mal hier was finden. Oh, mein Gott, über mir ist Dreck. Ja, leck doch noch mehr. Noch mehr Lava, genau. Alter Mann! Was ist denn hier los? So, deswegen bleibt das. Äh, Lava, weg, gehen. Irgendwie. Mal so. Lava, mach doch hier gleich noch ein Update, ne? Anti-Vir-Update, 100% Power weggenommen hier erstmal. Boah, ich kann Lava gehen weg. Lava haben wir jetzt in Moment genug. Jo. Oh, alle. Ich will Cave finden, einen dicken Cave. Oh, wir wird schon mal. Scheiße, ich brenne. Wasser, Wasser, Wasser. Oh, Wasser. Wie gut, dass ich Wasser noch dabei war. Das so bist du, Hude. Na? Ah, ich hab Eisen gefunden. Eins bei drei. Eins bei drei. Eins bei drei. Machen wir jetzt erstmal drei Spitze hacken. Da, da, da. Ah, so wie das aussieht, ist der Lava-Seer aber nicht wirklich erfolgreich, was Rohstoffe angeht. Normalerweise ist bei Lava immer irgendein Rohstoff. Hier aber gerade irgendwie nicht. Ich bin voll. Ja. Je Terje. Ah, Eisen. guckt alles so die auf die großen jetzt nur noch die kälschen das einzige was wir ausbeuten können sag bloß wie kommst du doch ja normalerweise ist bei Lava noch irgendwas anderes so dann noch den Grab die Abbaun ich brauch noch die Reihe zu enden und dann müssen wir schon wieder ein Pop enden ahhh das regt mich auf Römm was Pop enden was regt dich auf ja irgendwie alles gerade ich weiß nicht warum tut mir leidt das hab ich schon wieder falsch gemacht hast du noch ein paar abschließende Worte? wie jetzt schon? äh 18 minuten ne hey coole ach ne noch nicht was? noch nicht sagen wir mal 20 so ne das reicht doch ja 3 minuten und natürlich ist unter dem Gravel noch Black ich hab irgendwas gefunden was rot ist ich weiß aber nicht was dieses Objekt kommt mir sehr unbekannt vor das ist ein roter Stein der leuchtet wenn man drauf schlägt das ist ein roter Stein der Leuchtturm danke Meister ja nicht hin und jetzt nur noch einen Schuss ich hab leider nichts dabei Oh, ich hab Bad-Walk gefunden. Also Endlos-Dote. Oh, nervt nicht, wir nehmen gerade auf. Alter, hier liegen wir überhaupt nicht viel Dings rumsteigen. Nein! Oh, Junge, der ganze Endlos-Done hier nervt. Junge, sicher, dass wir bei 12 sind? Was? Sicher, dass wir da bei 12 sind? Ja, 12-6, aber ich find Element nur Redstone. Und ich find nur Bad-Walk-Walk. Oh, ich bin schon wieder voll. Eisen! Ah, nicht mal wenig Eisen. Ich glaube, die Mine bauen wir aber auch offline weiter. Oh, das die ganze Zeit zu zeigen ist ja übel zu nervig. Nein, wir müssen sowieso ein paar beiden. Hasta la vista. Bye-bye.